Heute ist der 6.8.18, kurzer Gartendurchgang. Der Viskus, der Oleander in seiner ganzen Pracht. Ah ja, meine Tomaten, lecker, lecker. Ach, er sagte auch mal eben, hallo, guten Tag. So, kleiner Mann. So, ja, es ist heute sehr heiß. Wir werden wohl an die 34 Grad bekommen. Es wird kaum ein Lüftchen, man sieht es in der Fahne. Na ja, jetzt gerade, wo ich es aufnehme, kommt etwas Wind. Aber ansonsten ist hier nicht viel los heute, außer Hitze. So, da haben wir noch eine kleine Sitzecke. Sonnenschirm. So, Teich. Sonnenblumen, herrlich, herrlich, herrlich. So, dann geht es nochmal runter. Ja, die Bohnen sind ja geerntet. Jetzt kommt das Herbstgemüse. Vielleicht kommt die Gurke da hinten nochmal zur Geltung. Mal sehen. Die Gladiolen geben langsam ihren Geist auf Schade. Sahen gut aus. So, dann haben wir hier auch nochmal ein paar. Meine Güte. Herrlich. So. Paprika. Können sich sehen lassen. Gurke. Herrlich. Kleine Hochbeet. Ja, herrlich. Hier kommen auch wieder Kartoffeln rein. Im Herbst dann geerntet werden. So, Leute. Und hier bin ich ganz besonders stolz auf meinen Birnbaum. Ich habe dieses Jahr die ersten Früchte. Wie man sehen kann. Ja, der Baum steht jetzt im dritten Jahr. Und zählen an Bieren sehe ich gerade eins, zwei, naja, drei. Drei Bieren. So, hier kommen noch ein paar Gurken. Ich will hoffen, da kommt noch was dran. Und drunter befindet sich Porree. Und so. Dann geht es nochmal einmal zu meinem Kompost. Ja, schöne Tomaten. Und eine Gurkenpflanze. Ich hoffe, da kommt auch noch was dran. Etwas. Ein Schwenk ins Gewächshaus. Tomaten. Tomaten herrlich. So, da habe ich noch so eine Art Schokoladentomate. Ich mache das mal ab. Sieht man das besser? So. Da auch nochmal. Und hier kommt so eine Tscherni Prinz Tomate. Aber das ist ja auch ein Ding. Meine Güte. So. Da haben wir noch was. Ein Salat. So, dann ein Blick von hier nochmal. Ein kleiner Schwenk. Sonnenblumen. 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 Herrlich. Und da. So, das war es für heute. Ich würde sagen, wem das Video gefällt, wie schon mal erwähnt, Daumen hoch und danke. Okay. Okay. Vielen Dank.